Dazu kommt es in meiner Meinung von Avengers Endgame. Er war sehr lustig, war auch sehr spannend und sehr aufregend, ich habe geschwitzt dabei. Aber er war ein tolles Erlebnis, muss man sagen. Drei Stunden, ehrlich. Sie haben es geschafft, in drei Stunden zu verpacken, was gar nicht langweilig war. Ich dachte, der Film war zu lange gezogen, drei Stunden, aber nein. Er war es gar nicht, ehrlich. Er war es überhaupt nicht. Sie haben es geschafft, in drei Stunden was Gutes zu machen. Was nicht langweilig ist, was nicht langgezogen anfühlt. Was einfach geil ist und hoffentlich war das nicht der letzte Film. Denn die am Ende müssen weitergemacht werden. Aber es könnte doch der letzte Film sein, wir werden sehen. Und ich fand den toll, den Film. Sogar sehr toll. Obwohl ich den Film erst seit den zwei Filmen kenne, ehrlich. Da habe ich schon einen richtigen Hype drauf gehabt. Die anderhalbsten sind noch verstetigt. Und dann werde ich eben noch zwei Mal anschauen, vielleicht. Und ja, diese Meinung zu, meine Meinung zu, will ich jetzt wieder neu machen und das fortmachen eben. Also tschüss, meine Meinung zu. Und da muss ich jetzt weiter sehen.